Thomas Vorschbach von Werde Musik, herzlich willkommen zu deiner ersten Klavierstunde dieses Videos für dich, wenn du noch nie mal zuvor in einem Klavier gesessen hast und die ersten wichtigsten Grundlagen kennenlernen möchtest. Außerdem gibt es eine schöne Melodie in diesem Video. Ja, du lernst aber hier die ganzen Tasten kennen, wie du dich da orientierst. Fingerhaltung, Fingersatz, das sind alles so Themen in dieser ersten Stunde. Natürlich gibt es auch viel, viel mehr hier auf meinem Channel. Ich freue mich, dass du da bist und jetzt hier viel Spaß mit diesem Video. So, werfen wir erstmal einen Blick auf unsere Hände, nämlich unsere Hände bekommen Nummern, unsere Finger bekommen Nummern und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Ganz einfach, der Daumen ist die 1, kleine Finger ist die 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ganz einfach aus dem Grund, es vereinfacht die Kommunikation ein bisschen, wenn wir sagen, leg den ersten Finger da drauf, den dritten auf den Ton, den fünften auf den. Oder noch viel, viel einfacher und viel wichtiger, wenn wir zum Beispiel Noten haben und möchten einen Fingersatz drüber schreiben und über eine Note müssten wir einen Daumen und bei dem anderen müssten wir einen Mittelfinger schreiben. Das ist ja viel zu lang. Da kann man einfach 1, 3, 5, 4, 3. Also den Fingersatz einfach in Zahlen schreiben. Also, das sind erstmal die Zahlen und die Fingernummern. Was dann ganz witzig ist, wenn wir jetzt eine Skala spielen, eine Tonleiter, wie diese hier, dann spielen wir in der rechten Hand 5, 4, 3, 2, 1 und in der rechten Hand spielen wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also, beziehungsweise Fingersatz ist hier nochmal ein anderer, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber von links nach rechts geht es in der linken Hand natürlich mit der 5, los in der rechten Hand mit der 1. Ja, also, kann vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend sein, aber eigentlich ist auch das ganz einfach, aber du solltest es definitiv wissen. Die nächste alles entscheidende Frage ist, wie heißt denn jetzt überhaupt die ganzen Tasten? Guck mal, so viele Tasten, so viele Töne auf dem Klavier. Was, welcher ist denn jetzt was? Wie kann ich mir das jemals merken? Fragst du dich jetzt vielleicht. Also, bei dem hier ist es jetzt erstmal ganz einfach, das hier ist ein Piano mit 88 Tasten. Wenn du ein akustisches Klavier hast oder auch ein E-Piano mit voller Tastatur, dann hast du 88 Tasten. Es sei denn bloß ein Bösen-Dorfer-Flügel, es sind ganz unheimlich ein paar Tasten mehr, die sind dann aber andersfarbig. Wenn du 88 Tasten hast, dann ist die tiefste, der tiefste Ton auf dem Klavier ein A. Genau wie der erste Buchstabe des Alphabets. Also übrigens, es gibt noch Keyboards, da kommen wir jetzt gleich noch zu mit 61 Tasten, mit 72, mit 64 Tasten, mit 72, mit 49, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, die etwas kleiner sind, da ist der tiefste Ton nicht unbedingt das A, aber ich zeige dir jetzt gleich, wie du da dann findest, wo das A ist. Aber wenn du 88 Tasten hast, ist der tiefste Ton ein A und von da kannst du, wie das Alphabet hochgehen, A, B, C, D, E, F, G. Allerdings eine kleine Feinheit. Also, bei YouTube wird es immer unterschiedlich gesagt. In Deutschland sagen wir zum B, sagen wir H. Also, A, H, C, D, E, F, G. A, H, C, D, E, F, G. Also, entscheide es so, für dich, wie du es für richtig hältst. Das hat ein paar historische Gründe. Ich habe es immer mit dem H gelernt, deswegen sage ich immer H. A, H, C, D, E, F, G. A, H, C, D, E, F, G. Aber du kannst auch sagen A, B, C, D, E, F, G. Ich weiß, viele Leute bei YouTube sagen das auch in Deutschland so. So, das Schöne ist jetzt nach dem G, du hast es vorhin schon gesehen, ich habe hier schon wieder A, B, C, D, E, F, G gespielt. Nämlich, das waren schon alle Töne. Und dann wird es immer wiederholt. A, H, C, D, E, F, G. A, H, C, D, E, F, G. A, H, C, D, E, F, G. Und so weiter. Ja, das war es schon. Wir haben eigentlich nur sieben verschiedene Töne, zumindest bei den weißen Tasten. Aber zu merken sind es wirklich sieben verschiedene Töne mit ein paar kleinen Ausnahmen mit den schwarzen Tasten. Nämlich, die Namen der schwarzen Tasten werden von den weißen abgeleitet. Sind also sehr ähnlich. Da kommen wir aber jetzt gleich zu. Finden wir jetzt erstmal das A, wenn du keine 88 Tasten hast. Oder überhaupt, wenn du sie auch in der Mitte deines Instruments jetzt finden möchtest. Nämlich, glücklicherweise haben wir die schwarzen Tasten. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen. Wir haben ja mal Zweierpärchen und Dreierpärchen. Zweierpärchen. Zwei, drei, zwei, drei. Also, die wiederholen sich natürlich auch immer. Hier sind unsere, das ist zum Beispiel ein A, unsere sieben verschiedenen Tönen. Und da haben wir immer. Ja, also, es wiederholt sich immer, weil sich eigentlich alle Töne auf dem Klavier wiederholen. Wenn wir jetzt das A suchen, gehen wir zu einem solchen Dreierpärchen hier. Wählen die mittlere Taste und gehen von da aus nach rechts zur benachbarten weißen Taste. Das ist ein A. Und zwar gilt das für überall. Hier sind drei Tasten. Die mittlere und rechts daneben, das ist das A. Drei, Mitte, rechts, A. Da. Alles As. A, A, A. Da können wir auch zusammenspielen. A. Das ist also der Weg, wie wir das A auch überall woanders auf dem Klavier finden. Wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, dauert das immer so lang, muss ich erst immer die ganzen Tasten abzählen, bis ich weiß, welche Töne das sind. Und also, natürlich nicht, das geht mit der Zeit so schnell, dass du das sehen kannst, dass das ein D ist, das A ist ein C, ein G, ein F, ein A, ein G, ein S, ein Gis, ein F, ein D, ein... Ja, also du wirst es ganz, ganz schnell sehen, sogar noch viel, viel schneller. Ganz am Anfang ist es natürlich sehr schwierig, aber trotzdem, wenn du jetzt mit den richtigen Übungen Schritt für Schritt das in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten Wochen, aber eher in den nächsten Tagen durchgehst, dann wirst du das viel, viel schneller erkennen, als du jetzt vielleicht glaubst. Und wenn du die richtigen Übungen dafür suchst, check mal den Link der Videobeschreibung, da gibt es, ja, ein paar kostenlose Anfängerlektionen für dich, kannst du die da holen und bekommst jeden Tag so die richtige Portion an Klavierlektionen per Mail nach Hause geschickt. Also einfach auf den Link klicken, dann kommst du auf meine Homepage, kannst dich da eintragen mit Vornamen und E-Mail-Adresse. Ja, und jeden Tag gibt es halt so eine kleine Übung, wenn du natürlich täglich Zeit hast zum Üben, wäre super, aber wenn du so zwei bis drei Stunden pro Woche, Zeit hast, ist das auch schon völlig in Ordnung, dann wirst du definitiv merken, dass du hervorragende Schritte machst, ja, und tatsächlich halt natürlich regelmäßig ein bisschen machen, ist natürlich schon sehr wichtig. Also, lege ich dir sehr ans Herz, kostet nichts und ja, schau doch mal vorbei, viele meiner YouTube-Abonnenten sind bereits auch schon dabei. Also, mach dir auf jeden Fall jetzt keine Sorgen, falls es jetzt noch ein bisschen was dauert. Schauen wir uns jetzt mal die schwarzen Tasten an, nämlich auch die haben Namen. Und zwar werden die abgeleitet halt von den weißen Tönen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, guck mal, das hier ist ein drei schwarze Tasten, ich nehme jetzt die mittlere, gehe nach rechts, das hier ist das A, C, A, A, B, C, gehen wir mal zum C. Jetzt empfehle ich dir mit dem Finger, guck mal, ich rutsche jetzt mal ein bisschen in die Klaviertur rein, in die Tastatur. Guck mal, hier bin ich ganz außen, jetzt gehe ich ein bisschen rein. Jetzt gehe ich mal zur nächsten Tasse nach rechts. Das ist diese hier. Deswegen bin ich reingerutscht. Nämlich wäre ich jetzt hier unten, dann könnte ich vielleicht das übersehen und könnte zu dieser weißen gehen. Deswegen bin ich reingerutscht. Ich gehe zur nächsten benachbarten Tasse nach rechts. Und wenn ich das mache, kann ich an das C die Silbe IS hängen. I und S. IS und das heißt dann CIS. Dieser Ton ist das CIS. Wenn ich nach unten gehe, dann hänge ich nicht IS, sondern ES, also S an den Ton. Also wenn ich vom C nach links gehe, dann ist das hier ein CIS. Da haben wir schon eine kleine Ausnahme, die eigentlich keine Ausnahme ist. Ist schon richtig. Das hier zu diesem Ton kann man CIS sagen. Wird in der Praxis allerdings so sehr, sehr selten gesagt. Hängt ein bisschen von der Ton ab, das musst du jetzt alles nicht wissen. Du sollst nur theoretisch wissen, dass das definitiv auch ein CIS hier ist. Also C, CIS, C, CIS. Ja, aber in der Praxis ist das hier natürlich das H oder halt das B. Okay, also C, CIS. Das hier ist das D. A, B, C, D. Jetzt rutsche ich wieder rein. Dann gehe ich nach rechts. Habe hier das DIS. Gehe wieder zurück zum D. Also hier habe ich das IS dran gehangen. Wenn ich nach links gehe, kann ich das S dran hängen. Hier habe ich das DES. So, ja und das war es eigentlich schon. So findest du die Namen der schwarzen Tasten. Gehen wir das nochmal ein bisschen konkreter durch. Wenn dich jetzt einer fragt, wo ist das FIS auf der Klaviatur? Was du jetzt machen kannst, ist halt erst nochmal gucken. Lass dir ruhig Zeit, alle Zeit der Welt. Wo ist das FIS? Du nimmst erstmal die drei schwarzen Tasten, wählst die mittlere raus, rechts daneben. Das ist das A. A, B, C, D, E, F. Wir gehen also zum F. Wir möchten aber das FIS haben. Und IS ist ja, eine Tasten nach rechts zu gehen. Ein Halbtonschritt ist das übrigens. Ganz wichtig. Ein Halbtonschritt nach rechts. Das ist ein Halbtonschritt. Und das ist das FIS. Tada. Wenn dich jetzt einer fragt, wo ist denn das GES? Nehmen wir wieder die drei. Bitte. Rechts das ist A. A, B, C, D, E, F, G. GES suchen wir ja. Und S geht nach unten. Und zwar ein Halbtonschritt. Ich gehe mal ein bisschen hier rein. Nach links. Das ist diese Taste. Ohohoho. Die hatten wir doch vorhin schon noch im FIS. Diese Taste hat also auch zwei Namen. FIS und GES. Genau wie wir es hier schon hatten vorhin. Das ist das CES. Das ist auch das H. Ja, also jede Taste kann theoretisch mehrere Namen haben. Das hängt ein bisschen von der Tonab ab. Das hat auch ein bisschen historische Gründe. Ursprünglich waren das nämlich tatsächlich doch zwei unterschiedliche Töne. Am Klavier hat man das so ein bisschen bereinigt. Ja, also das hier ist aber tatsächlich sowohl das FIS als auch das GES. Wann es jetzt ein FIS ist, wann es ein GES ist, dazu kommen wir etwas später. Weil das ist definitiv für den Anfang nicht wichtig, um viel spielen zu können. Und hat tatsächlich einen komplizierteren Hintergrund. Ja, was Tonarten angeht in erster Linie. Okay, gehen wir nochmal kurz alle schwarzen Tasten durch. Musst du dir jetzt eigentlich nicht merken. Wichtig ist, dass du schon mal weißt, wie du die Namen herausfindest. V und C. Gehen wir mal rechts so hoch. Das ist ein CIS. Das ist ein D. Von da nach rechts. Das ist ein DIS. E-F-FIS-G-GIS-A-IS. Ja, und das war es schon. Wenn wir jetzt runtergehen. Ich sag jetzt H. Im Deutschen heißt dann das B. Er ist diese Taste B. Das ist quasi eine Ausnahme. Wenn du die internationale Sprachweiseverwendung hier zu B sagst, dann musst du hier zu B-Flat sagen. Das ist dann aber englisch ausgesprochen. Deswegen bevorzuge ich mal hier H zu sagen. Das ist ein B. Das ist die einzige Ausnahme, dass diese Taste B heißt. Das ist ein A. Das ist ein A-S. Allerdings zwei Vokale A und E hintereinander. Ja. Das wird AS ausgesprochen. In dem Fall. G-GES. Ja, F-FIS kann man sagen. Aber wir wollen hier die schwarzen hasten. E-S ist das. D-DES. Also nach unten wird immer ein S dran gehangen. Und beim E, wenn man ein E-S dran hängt, sagt man nicht E-S, sondern einfach nur S. Okay, also das sind erstmal die Töne auf dem Klavier. Ja, noch eine Sache zur Körperhaltung, zur Fingerhaltung. Also da kann ich sehr viel zu sagen. Auch da gibt es noch mehr im Crashkurs unten natürlich in der Videobeschreibung. Aber erstmal ganz wichtig. Für den Anfang stelle ich mir immer vor hier, dass du einen Apfel oder einen Orange oder so in der Hand hältst. Wenn du die so in der Hand hältst, so sind die Finger schon mal sehr schön platziert. Achtung, was gerade nicht so schön ist, ist das hier. Nämlich im Idealfall ist das hier eine gerade Linie. Also nicht, dass es so aufgeknickt ist, die Hand vom Arm. Ja, beim Handgelenk, weder so noch so, sondern schön eine gerade Linie. Ja, also übertreibst nicht. Es muss nicht, weil meine Hand ist nicht ganz, ganz gerade. Und dann so verkrampft, sondern schön locker. Wenn das natürlich so ein bisschen abweicht, ist das völlig normal. Aber Unterarm und Hand sollten eine Oberfläche, eine gerade Linie zeigen. Ja, und dann die Hände so platziert sein, dass du hier quasi eine Orange oder einen Apfel in der Hand hast. Und so kann die Hand dann auf die Finger, auf die Tasten gelegt werden. Was zu vermeiden ist, ist halt hier überstrecken mit den Fingern oder abknicken. Kann beides passieren. Und natürlich am Anfang gibt es genügend Schwierigkeiten, weil die Finger erstmal nicht das machen, was man sich so genau vorstellt. Aber wenn du hier schön mit den Fingerkuppen die Hand spielst, das wäre die Idealfall. Beim Daumen ist es ein bisschen die Seite und bei den anderen ist es tatsächlich eher die Spitze. Okay, super. Probieren wir das doch direkt mal aus, kurz eine ganz kleine Melodie zu spielen. So, nämlich da gibt es schon viele Herausforderungen zu meistern. Also, erstmal platziere ich den kleinen Finger auf dem C hier oben. Guck mal, das ist 10 im Mittelmeiners Pianos. Ich nehme einfach mal hier oben das A. Das heißt, ich nehme hier die drei schwarzen Tasten. Die mittlere, rechts hin, das ist das A. A, H, C. Das ist C. Okay, und zwar von den zwei schwarzen Tasten links, dann nehme die weiße. So, jetzt lege ich da, platziere ich da meinen kleinen Finger drauf. Alle anderen Finger sind auf den benachbarten weißen Tasten, sodass jeder Finger eine weiße Taste hat und alle schönen ineinander sind. So kann ich schon mal die Handhaltung kurz kontrollieren. Ja, D. Wie machen das meine Finger? Hier sind die, liegen die? Das sind sie so, das ist meine Hand abgeknickt oder so. Ja, da schon mal schön drauf achten. Und jetzt spielen wir mit dem kleinen Finger das hier. Aber Achtung! Das ist für den Anfang, wenn du wirklich noch nie Klavier gespielt hast, mega hart. Nämlich ausgerechnet, hier fangen wir mit den schwächsten Fingern an, die wir überhaupt haben. Kleiner Finger und Ringfinger sind schwache Finger. Es kann sein, dass dein kleiner Finger hier irgendwie so absteht oder auch sogar die beiden. Und ja, die zu kontrollieren, das ist erstmal etwas sehr Ungewohntes für die meisten Menschen. Das war es bei mir definitiv am Anfang auch sehr. Das Schöne ist, wenn man wirklich regelmäßig so ein paar kleine, ja ein bisschen Zeit damit verbringt, ja dann ist es doch erstaunlich, was das menschliche Gehirn so alles leisten kann, finde ich immer wieder. Und wie schnell es dann doch passiert, dass die Finger dann irgendwann auf den Tasten bleiben und man das hier einfach so schön spielen kann. Also, das ist trotzdem die Übung. Lass dir ruhig Zeit und nämlich die Herangehensweise ist ganz einfach. Wirklich mit ganz viel Zeit und Geduld abwechselnd diese beiden Finger zu spielen. Das kann wirklich ganz, ganz, ganz langsam sein. Nämlich auch auf diese Weise bringst du deinem Gehirn diesen Bewegungsablauf schon bei und es wird beim nächsten Mal schon ein kleines bisschen besser funktionieren. Wenn du eine Nacht drüber schläfst, verarbeitet das Gehirn die ganze Sache auch noch. Ja, und da wirst du dann wirklich nach ein paar Tagen schon merken, krass, das geht ja schon viel besser. Ja, wenn du möchtest, dann nimm das vielleicht irgendwie mit deinem Handy auf, film das jetzt am ersten Tag und beobachte mal, wie du das dann am letzten Tag oder nach ein paar Tagen schaffst, ja, nach drei, vier, fünf Tagen und dann wirst du erstaunt sein, was du da schon für Fortschritte gemacht hast. Trotzdem eine ganz wichtige Sache, wenn du das jetzt machst und spürst einen Schmerz hier im Unterarm oder ein bisschen das verkrampft, ganz wichtig aufhören, Hand ausschütteln, Arm ausschütteln, vielleicht mal kurz aufstehen, durch den Raum gehen, nochmal probieren. Wenn es nicht aufhört, ja, dann für heute bitte pausieren, ja, oder vielleicht für eine Stunde oder so pausieren. Ja, auf jeden Fall, sonst kriegst du hier eine Sehnscheideentzündung, das ist kein Spaß. Ja, aber keine Sorge, wenn du da ganz langsam rangehst mit der Zeit in den nächsten Tagen, wirst du deine hervorragenden Fortschritte merken. Also, was jetzt spielen ist, so oft, eins und zwei und drei, eins und zwei und drei, das ist der erste Überabschnitt. Ich sage immer ganz gerne Überabschnitt, nämlich ein Überabschnitt ist, ja, man kann das komplizierteste Stück in kleine Stücke teilen und diese ganz kleinen Stücke üben, was nichts anderes ist als wiederholen, wiederholen, wiederholen. Kleine Überabschnitte kann man in sehr kurzer Zeit sehr, sehr oft wiederholen, zum Beispiel, ja, das kannst du jetzt 20, 30, vielleicht sogar 50 oder 100 oder 150 Mal wiederholen. Das dauert nur ein paar Minuten und ist einfach ein hervorragendes Training fürs Gehören. In diesen kleinen Überabschnitten kann man komplexe Stücke, schwierige Stücke herunterbrechen und einfach plötzlich in ganz einfache Stücke runterbrechen, die man dann üben kann und plötzlich kann man dann noch schwierige Stücke spielen. Also, das ist der erste Überabschnitt, das gilt es jetzt ganz oft zu wiederholen. Du kannst das Video gerne pausieren, nämlich ich mache weiter mit dem nächsten Überabschnitt. Jetzt spielen wir den zweiten Finger, den fünften und den ersten. Zeigefinger, kleiner Finger, Daumen. Das war's schon. Nur diese drei Töne. Zwei, fünf, eins. Das schön gleichmäßig sauber spielen. Dann können wir langsam auch schneller werden. Das ist auch eine hervorragende Übung. Guck mal, wie schnell ich das wiederholen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Guck schon, zehnmal wiederholt. Sogar mehr als zehnmal, weil ich davor was gemacht habe. Deswegen kann man sowas auch wirklich in kurzer Zeit hundertmal wiederholen und das ist halt wirklich das Training, das das Gehirn braucht. Also, und mit dem Überabschnitt davor. So, und drei. Also, nochmal. Eins, zwei, drei, jetzt zwei, fünf, eins. Ja, das sind die beiden Überschritte zusammen. Das empfehle ich dir jetzt auch mal ganz oft zu wiederholen. Bis du es so spielen kannst. Wie gesagt, lass dir Zeit. Das kann am Anfang ruhig ganz, ganz langsam sein. Ja, das kann wirklich. Das kann sogar noch langsamer sein. Also, gerade ganz am Anfang natürlich, ne? So, und was das hier ist, ist zum Beispiel der Anfang von diesem sehr, sehr beliebten, sehr bekannten Stück. Und das ist eigentlich kein Anfängerstück. Aber genau mit dieser Methode, mit diesem kleinen Überabschritten kannst du es schaffen, dieses Stück zu spielen. Ich habe natürlich dazu auch ein Tutorial hier bei YouTube, aber auch in einer anderen Tonart. In der Originaltonart. Wenn du möchtest, kannst du das machen. Aber ich empfehle dir erstmal mit dem Crashkurs unten weiterzumachen. In der Videobeschreibung. Ja, wie du möchtest. Soll natürlich auch Spaß machen, wenn du sofort hier auch dieses Stück spielen möchtest. Es ist definitiv so konzipiert, dass auch Anfänger es probieren können. Und sehr, sehr viele haben es schon geschafft. Und ich bin auch sehr beeindruckt tatsächlich, in welcher Geschwindigkeit es viele schaffen. Ja, aber das war es erstmal für jetzt, für dieses Video. Du kannst natürlich gerne auf meinem Kanal auch rumstöbern. Freue ich mich sehr. Natürlich über deinen Besuch auf meiner Webseite www.werdemusiker.de. Wie gesagt, hol dir am besten den Crashkurs. Ja, aber vielleicht ist ja noch auf meinem YouTube-Channel auch noch ein Tutorial für dich dabei. Ich freue mich auf dich, egal wo. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und viel Spaß. Es ist eine ganz tolle Reise. Es ist ein super Abenteuer hier natürlich, Klavierspielen zu lernen. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Links sind alle in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis dann. Vielen Dank.